Hallo und Willkommen. Heute geht es um einen Basic Interpreter, den ihr mit dem Raspberry Pi Pico bauen könnt. Was ist überhaupt so ein Interpreter? Was kann man damit machen? Und was hat eigentlich dieses alte Buch vom DDR Militär Verlag damit zu tun? Das zeige ich euch im ersten Teil des Videos. Kleiner Spoiler, ihr könnt damit sogar Impulse eines Geigerzählers grafisch ausgeben, kleine Spiele programmieren oder ihn schlicht für das Steuern und Regeln verwenden. Im zweiten Teil geht es dann ganz konkret um die Konfiguration erster Programme, um schließlich die Frage zu klären, ob wir die Arduinos für unsere Projekte nun getrost in der Schublade lassen können. Da dieses Video etwas umfangreicher ist, hier die Timestamps. Wenn ihr neugierig seid und etwas überspringen wollt, folgt einfach der Kapitelauswahl unter dem Video. Also, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran! Nachdem mir beim Aufräumen alte Bücher in die Hand fielen, die ich vor Jahren geschenkt bekam, habe ich in diesem Exemplar rumgeblättert und entdeckt, dass darin der komplette Aufbau eines Basic-Kleinkomputers auf Basis des damaligen Mikroprozessors U880 beschrieben ist. Hierzu muss man sagen, dass der U880 schlicht ein nicht lizenzierter Nachbau des Psylocke Z80 war, also keine eigene Entwicklung der DDR. Da ich dachte, dass Basic ein Relikt der Vergangenheit ist, habe ich noch einmal Google bemüht und herausgefunden, dass Basic sich einer aktiven Community erfreut und es einen frisch geschriebenen Basic-Interpreter für den Raspberry Pi Pico gibt, der auf dem alten Microsoft Basic basiert und in weiten Teilen abwärtskompatibel ist. Zudem bietet er wirklich eine Menge neuer Features, die wir zum Beispiel auch vom Arduino oder auch anderen Mikrocontrollern kennen. Also habe ich mich rankengesetzt, ein Platinen-Layout dafür entwickelt und fertig war der Boot-to-Basic-Computer. Aber der Reihe nach. Was macht so ein Interpreter überhaupt? Einfach gesagt muss beim Interpreter unser Code nicht erst vom Compiler übersetzt werden, um dann erst ausgeführt zu werden, sondern das Zielsystem kann sofort etwas mit dem Code anfangen und ihn unmittelbar umsetzen. Das passiert von Zeile zu Zeile. Wozu gibt es dann überhaupt noch Compiler? Nun, der Vorteil beim Kompilieren liegt eben in der Übersetzung und somit in der Optimierung in eine Maschinensprache. Dadurch kann der Prozessor den in Maschinensprache übersetzten Programmcode deutlich schneller ausführen. Okay, was brauchen wir und wo sind die Unterschiede zum Beispiel zum Arduino? In der einfachsten Ausführung brauchen wir nur den Raspberry Pi Pico selbst. Je nachdem, wie hoch unsere Anforderung an das Programm sein soll, möchten wir ihn als sogenannten Boot-to-Basic beziehungsweise Standalone-Computer nutzen, dann braucht man natürlich noch Anschlüsse für Tastatur und Monitor. Das könnt ihr selbst entscheiden. Vorteil bei letzterem ist, dass ihr keinen herkömmlichen Computer mehr zum Programmieren braucht. Auf dem Raspberry Pi Pico ist, einfach gesagt, der Interpreter euer Betriebssystem. Hier könnt ihr euren Code mit angeschlossener Tastatur und Monitor eingeben, speichern und ausführen. Beim Arduino oder anderen Mikrocontrollern braucht ihr hingegen noch einen Computer, um den Controller überhaupt erst einmal zu programmieren, den Code zu kompilieren und dann hochzuladen. Jetzt zur Schaltung und zum Aufbau. Damit man nicht mühsam alles auf einer Lochraste-Platine oder auf einem Breadboard aufbauen muss, habe ich auch hierfür eine eigene Platine entworfen, die ihr euch in der Videobeschreibung runterladen könnt. Die bietet maximale Flexibilität. Das heißt, es ist Platz für eine Echtzeituhr, Strommessmodul, einen Audio-Verstärker, Lautsprecher, SD-Karte, Audiobuchse und natürlich die von vielen Arduinos bekannten GPIOs als Schnittstelle zur Außenwelt. Wie bereits erwähnt, werden auch Protokolle wie i2c oder SPI unterstützt. Ihr könnt also sogar noch LC-Displays anschließen. Einen Schaltplan der Grundschaltung findet ihr übrigens auf der Website zum Download. Hier der Schaltplan. Allerdings habe ich beim Level-Shifter für die Tastaturbeschaltung einen anderen Transistor verwendet, und zwar den 2N7000, der hier einfach besser verfügbar ist. Genauso wie beim Linearregler für die Spannungsversorgung. Das ist allerdings kein Problem, da ihr die Namen der verwendeten Komponenten auch auf der Platine seht. Kommen wir zum Funktionstest und zur ersten Konfiguration. Wenn noch nicht geschehen, müssen wir zunächst einmal die Firmware mit MMBasic von der vorhin gezeigten Website runterladen. Sie einfach via Drag & Drop auf dem Pico installieren, und schon können wir den Pico zunächst einmal ohne Platine testen. Da wir an dieser Stelle noch keinen Monitor und Tastatur am Pico selbst angeschlossen haben, können wir uns das erste Mal aber via Terminal-Programm, z.B. Putty oder TerraTerm, mit dem Pico verbinden. Hier ein kleines Testprogramm. Ich tippe jetzt im sogenannten Direktmodus eine kleine Matheaufgabe ein, 1 geteilt durch 2. Ja, das ist korrekt. Nun gehe ich in den Programmiermodus in den Editor und programmiere eine einfache Schleife. Wie wir sehen, brauchen wir keinen Compiler. Das Programm wird sofort ausgeführt. Da erst einmal alles funktioniert, können wir den Pico jetzt auf die Platine stecken, Monitor und Tastatur anschließen und mit der Konfiguration beginnen. Sobald ihr den Pico mit dem Interpreter gestartet habt, tippt ihr in der Eingabeaufforderung die nachfolgenden Kommandos ein. Bei einigen Kommandos wird der Interpreter neu gestartet. Das ist völlig normal. Mit diesem Kommando stellen wir erst einmal die Tastatur auf Deutsch. Damit unsere Echtzeituhr gefunden werden kann, müssen wir dem Interpreter erst einmal sagen, an welchen Pins unser System I2C Bus sein soll. Und schließlich können wir mit diesem Kommando das Datum und die Uhrzeit einstellen. Und hier noch die Pins für die SD-Karte. Und die Audiobuchse. Jetzt kann es auch schon losgehen. Ich wechsle jetzt in den Editor. Das ist im Prinzip eure Programmierumgebung. Zum Test eine einfache Schleife, die Hallo YouTube ausgibt. Und zwar immer mit 500 Millisekunden Verzögerung. Mit STRG und C könnt ihr das laufende Programm unterbrechen und wieder in die Eingabeaufforderung kommen. Mit CLS, das für Clear Screen steht, könnt ihr den Bildschirm säubern. Dieser Befehl gibt euch euer eben programmiertes Programm noch einmal aus. Mit Files kann ich mir anzeigen lassen, welche Dateien sich bereits auf der SD-Karte befinden. Hier seht ihr auch eure gespeicherten Programme, falls ihr auf die SD-Karte gespeichert habt. Ich lade jetzt ein Bild im 2-Farben-Modus. Das ist schon ganz nett, aber sieht nicht sehr ansprechend aus. Daher wechsle ich in den Modus 2. Der bietet euch zwar eine geringere Auflösung, dafür aber 16 Farben. Das sieht doch schon etwas besser aus. Wie man sieht, kann man auch kleine Bereiche der Bilder animieren. Selbstverständlich könnt ihr auch Audiodateien abspielen und diese in eurem Programm implementieren. Ich nutze hier den Direktmodus. Dieses Beispiel zeigt auch sehr gut, wie einfach und zielführend man Dinge in Basic erledigen kann. Und zum Abschluss plotten wir noch eine schöne Funktion auf dem Bildschirm. Okay, das ist jetzt nur ein kleiner Einblick gewesen, was ihr mit Basic machen könnt. Wenn euch das interessiert oder ihr vielleicht noch gar nicht wisst, wie man in Basic überhaupt programmiert, schaut mal auf der Website der Entwickler vorbei. Dort findet ihr ein Handbuch, das wirklich seinen Namen alle Ehre macht. Dort findet ihr Schaltungsbeispiele, Hinweise, wie ihr Displays ansteuern könnt oder wie man Temperatursensoren ausliest und natürlich auch den kompletten Basic-Befehlssatz, so dass euch der Einstieg in diese Programmiersprache erleichtert wird. Es ist wirklich beachtlich, was die Entwickler hier geleistet haben. Und dann kommt noch dazu, dass der Quellcode für MM-Basic komplett Open Source ist, den ihr somit auch einsehen und modifizieren könnt. Kommen wir nun zum Fazit. Können wir nun also unsere Mikrocontroller wie den Atmega 328P und Co. getrost in der Schublade lassen? Naja, es kommt drauf an. Es ist zwar möglich, beim Pico das geschriebene Programm automatisch starten zu lassen, sobald die Stromversorgung angesteckt ist. Auch kann MM-Basic diverse Protokolle wie I2C und sogar in C geschriebene Subfunktionen ausführen. Aber manchmal ist ein kleiner Mikrocontroller wie der ATtiny einfach ausreichend. Auch ist die Sprache Basic mit seinen ganzen Go-Tos bei größeren Programmen schnell unübersichtlich. Geht es jedoch darum, mal auf die schnelle eine grafische Benutzeroberfläche oder einfache Aufgaben zu realisieren, geht es kaum effizienter und einfacher als in wenigen Zeilen Basic. Zum Beispiel, wenn ein Analogwert X den Grenzwert Y überschreitet, dann spiele Warnung Punkt Wave ab. Das Programm hierfür passt in wenige Zeilen. Versucht das mal so schnell mit einer anderen Programmiersprache. Also, neben den genannten Einschränkungen bietet diese recht eingestaubte Programmiersprache in einer neuen Hülle verpackt Raum für frische Ideen inklusive Retrocharme vergangener Zeiten. Damit sind wir am Ende des Videos angelangt. Falls ihr Fragen habt, ab damit in die Kommentare und danke fürs Zuschauen!